hallo herzlichen willkommen zum neuen fortnite shop video der wird schon angezeigt ich habe aber noch nichts neues da merkwürdig hallo ah jetzt ok da haben wir einmal das catwoman zero paket neu dabei bush ranger ist wieder da totenschütze agent des chaos kommt auch ziemlich häufig die biestschützin safari gucken uns das mal genauer an so da kommt uns das catwoman zero paket an da ist der skin und das ist die spitzakt die man auch freischalten konnte nachdem man das comic gekauft hatte mit dem code dann haben wir es war jetzt noch einzeln und dann haben wir den bush ranger zurück nach 31 tagen den gibt es in fünf stilen dazu gibt es das backlink hier die honig natürlich ist der stil angepasst dann haben wir die honig hacker zurück und dann gibt es den toten schützen zurück ging es nach 30 tagen zurück das ist das rückenteil dazu dann haben wir die spektral sense und welle des todes die lackierung alles zurück nach einem monat dann haben wir agentes chaos zurück der hat ja auch zwei stile einmal mit und einmal ohne maske mit dem backlink hinten drauf ist zurück nach 31 tagen genauso wie der chaos sense und der schwarze schleim als lackierung dann haben wir die täglich vorgestellten aber die biess schützen zurück nach 21 tagen und safari mit dem backblinking mit gewehr die ist zurück nach 30 tagen und jetzt kommen zwei seltene emotes und zwar einmal einklang ist zurück nach 476 tagen und einmal schalenregen ist zurück nach 237 tagen dann haben wir noch die lama wippe die ist zurück nach 30 tagen die ist vor einem monat frisch reingekommen und dann haben wir noch 7 her ebenfalls nach einem monat zurück im shop doch dann haben wir noch die pakete hier und hier ist noch das neue paket was gestern reingekommen ist schlangen und steine herausforderungspaket da gibt es integrierte wie box da kann aufgaben freischnitt aufgaben freischalten das war schon wieder mit dem shop von heute wenn es euch gefallen hat lasst gerne ein like da und ein abo würde mich sehr freuen und wir sehen uns dann am shop wieder hallo bis zum nächsten mal ciao eure sam auch ach hallo 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 tra29 nä oder hallo hur du Das war's für heute. Das war's für heute.